Elise M&A, also die Unternehmensaufkäufe von Elise, ein Update zu meinem Video, das ich vor einem guten Jahr gemacht habe. Ganz spannend und sehr ausführlich. Hallo, mein Name ist Christian Wotzerbeul, ich unterstütze Unternehmer und Führungskräfte im Taxilservice mit Management Training und neuen Taxilservice 4.0 und praktischen Tipps, die man sofort umsetzen kann. Heute ein Video wieder einmal zu Elise, es wird ein paar mehr Videos geben, ich glaube, ich habe Stoff für mindestens drei, wenn nicht vier oder fünf Videos. Also den Kanal abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten auch. Und wenn Sie Interesse haben, an dem Ganzen dann auch, unten ist ein Link für das Abonnieren der E-Mail-Liste. Ich sage es einmal gleich, es ist die E-Mail-Liste nicht in erster Linie für Analysten gedacht, das heißt, es sind nicht so viele Videos über Elise auf meinem Kanal. Es geht, meine Zielgruppe ist ganz klar, Führungskräfte und Unternehmer im Textilservice und hier geht es auch in diesem Punkt auch um Elise. Also das Video ist nicht gemacht für Elise, Aktionäre, Investoren oder sonst etwas, ist auch kein Ratschlag jetzt Elise zu kaufen oder verkaufen. Es geht eigentlich darum, dass Elise 25 Prozent vom europäischen Marktanteil hat im Textilservice und somit, was Elise macht, ist auf der einen Seite relevant für den Gesamtmarkt und es ist auch relevant, natürlich, weil es ein Mitbewerber ist für viele kleinere und mittlere Unternehmen. Und last but not least ist Elise einer der ganz wenigen Firmen, die praktisch einiges auch publizieren und somit macht es auch einen gewissen Spaß, das zu analysieren. Also soweit meine Motivation. Zuerst einmal den Aktienkurs von Elise der letzten fünf Jahre. Also wenn man den vergleicht mit den 60 gleich ähnlichen Unternehmen im Euronext-Index. Also der Euronext ist praktisch hier dieser Linie, hier, das ist Euronext und das sind praktisch 60 Unternehmen, wo auch Elise dazugehört, dieser Index von gleich großen Unternehmen. Man sieht, und das sind fünf Jahre hier, also fünf Jahre, und man sieht, dass am Anfang im Prinzip ziemlich viel Fantasie war. Das war damals der Behrensenkauf und man glaubt, Elise explodiert. Was kostet die Welt? Und dann war im Prinzip die Ernüchterung seitdem und in weiterer Folge hat Elise auch mehr eingebüßt durch die Covid-19-Krise als die sonstigen 59 Unternehmen im Schnitt. Und jetzt auch wieder praktisch jetzt, wenn man praktisch das vergleicht hier und hier sieht man, dass Elise vulnerabler ist, wenn man jetzt diesen Begriff verwendet aus Covid-19 als der Rest oder überdurchschnittlich wohl vulnerable ist als der Index. Ja, und die Performance ist so praktisch, dass die, dass Elise jetzt in den letzten fünf Jahren minus 22,8% Performance hatte und die vergleichbaren Firmen hatten 15% plus. Also das ist praktisch der Unterschied in der Performance, den man hier sieht. Also das ist praktisch der Performance-Unterschied hier. Ja, das ist die Entwicklung von Elise und das hat auch meiner Meinung nach Gründe, was den M&E betrifft. Und auf das komme ich jetzt gleich. Also die letzten zehn Jahren hat Elise ziemlich munter Firmen gekauft. Es waren ganze 139 Transaktionen jetzt schon. Das sind 10,5 Jahre. Ich habe schon ein paar vom heurigen Jahr inkludiert, die ich wusste. Und ansonsten sind es über zehn Jahre. 64 davon hatten weniger als drei Millionen Umsatz, bisher weniger als fünf Millionen in Frankreich. Das heißt gut die Hälfte, genau die Hälfte sind eigentlich kleine Transaktionen gewesen. Behrensen macht immer noch 66 Prozent von dem Ganzen aus, also zwei Drittel von dem ganzen Wachstum war Behrensen. Der Kaufpreis waren ganze 3,5 Milliarden Euro. Sprich jetzt eigentlich die gesamten Schulden, die Elise aktuell hat, sind praktisch zu 100 Prozent durch den M&E verursacht. Der Goodwill sind 3,2 Milliarden Euro. Das ist auch ein Wert. Das ist praktisch das, was man mehr bezahlt, als was die tatsächlichen Werte sind der Anlagen und der Gebäuden und so weiter. Und der Umsatz, den sie dazu gewonnen haben, waren 2,2 Milliarden. Und es waren durchwegs sehr profitable Unternehmen. Das heißt, im Schnitt 12 Prozent Umsatzrendit, also Operating Margin, das ist praktisch EBIT plus die Abschreibung von Goodwill und so weiter. Also ein bisschen zurückgerechnet, ein bisschen gut gerechnet als EBIT. Also Earnings before Interest and Tax, also das Betriebsergebnis. Ein bisschen geschönt. Macht 12 Prozent aus bei den, im Schnitt für alle 139 Unternehmen. Ja, das kann man jetzt natürlich nicht lesen. Ist auch nicht geplant, dass man es lesen kann. Und es gibt praktisch einen Blog, den ich schreibe. Und wenn Sie die E-Mail-Liste abonnieren, dann bekommen Sie ja dann einen Link zu dem Blog, wenn er dann auch fertig ist. Und da ist dann auch die Excel-Datei dabei und dann können Sie das Ganze auch lesen. Also das ist jetzt ein bisschen gemein. Insbesondere sollten Sie sich das am Handy anschauen. Das sind jetzt die Transaktionen von den letzten zwei Jahren während der Pandemie. Das war ein bisschen fies von Elise. Es waren halt nicht so viele Pressemitteilungen in der Zwischenzeit, weil sie die ganzen kleinen E-M&E-S nicht publizieren müssen, offensichtlich. Haben sie das auch nicht getan. Und ich dachte eigentlich, dass ich weniger Arbeit habe. Und habe mich in Ruhe dazugesetzt. Und auf einmal habe ich festgestellt, dass es unwahrscheinlich viele Unternehmen waren, die Elise gekauft hat in dieser Zeit. Das heißt, vom Beginn der Pandemie plus minus bis jetzt, wenn man sagt, Omikron geistert noch herum, sind wir noch immer in dieser Phase. Und der Zugkauf war auch praktisch überall. Also es war auf der einen Seite im Bereich Hotel. Also doch einige Hotelbetriebe hat mich gewundert. Eigentlich hätte ich gedacht, dass sie sich mehr auf Gesundheitswesen spezialisieren. Also trotzdem ein Schwerpunkt im Bereich Hotel. Einiges im Bereich Krankenhaus. Einiges im Bereich auch von Schädlingsbekämpfung, Pest Control. Und dann natürlich auch Industriekunden und auch zwei kleinere Konfektionäre. Warum auch immer. Ja, kenne ich die Hintergrundgeschichte hinter allem. Und auch überall. Also auf der ganzen Welt fast. Sprich ganz Europa und Lateinamerika. Verstreut waren die Akquisen. Und es geht jetzt ganz munter weiter mit einer größeren Geschichte in Mexiko, die angekündigt worden ist, dass die jetzt im Sommer praktisch auch abgeschlossen wird. Und dazu werde ich ein separates Video machen. Ja. Hier vielleicht noch einmal die ganzen Transaktionen, die im deutschsprachigen Raum waren. Seit dem Jahr 2013, also in den letzten zehn Jahren. Beginnt von Klintex in Potsdam, Kress, Zischka, zwei kleinere Geschichten. Dann Buschendorf, Berendsen mit 190 Millionen Euro Umsatz. BW Textilservice mit 25, Wels 10, Kurantex mit 13 Millionen Euro Umsatz. Und Haber mit 23 und Jürgen mit 20. Und hier sieht man auch praktisch, was bezahlt wurde. Das heißt, man hat so ganz grob ein bisschen mehr, ungefähr plus minus den Umsatz bezahlt. Das heißt, bei Haber waren es 22 Millionen Euro Kaufpreis auf 23,4 Millionen Euro Umsatz. Und bei Quarantex waren es 11 Millionen Euro auf 13 Millionen Euro Umsatz. Ja. Man kann sich das eben gerne anschauen. Ist sehr interessant. Der Schwerpunkt ist ganz klar auf dem Bereich Gesundheitswesen. Aber es gibt auch einige Hotelbetriebe dabei und einen Betrieb, der ausgewiesen hat, das auch, äh, Berendsen. Berendsen hat natürlich auch Industriekunden in Deutschland. Ja. Jetzt, was es spannend ist von der Analyse. Also die, die, ähm, es gibt praktisch ein theoretisches Wachstum von Elise aufgrund von den Unternehmenszukäufen. Also M&A, Merchant Acquisitions, Unternehmenszukäufe. So, das heißt, der ursprüngliche Umsatz von Elise war im Jahr 2012. Der erste publizierte Umsatz 1,1 Milliarden Euro, 1,2 Milliarden Euro knapp. Und wenn man das dann analysiert und man gibt praktisch die einzelnen, äh, in den einzelnen Jahren hier, das ist die ominöse Datei, die Umsätze mit dem, äh, mit den Unternehmen zukäufen dazu, äh, dann schaut das im Prinzip so aus, äh, dass praktisch, äh, ich habe das Vorjahr plus, äh, dem, äh, M&E Umsatzes des Vorjahres, plus das, was im gleichen Jahr noch Umsatz war, abzüglich das, was im Vorjahr schon dabei war. Das heißt, äh, de facto ist praktisch diese, äh, Kurve hier, äh, was wäre der Umsatz, wenn es kein organisches Wachstum gäbe, alles ganz gleich, äh, keine Kundenverluste, keine Kundengewinne, keine Preiserhöhungen, kein nichts, äh, nur praktisch was der Zukauf ist, das heißt, nur, äh, die Zukäufe von jedem Jahr. Da sieht man praktisch dann auch, äh, die Zukäufe von, ähm, von Bärensen, das war natürlich, glaube ich, im Oktober oder im August und somit waren es zwei Jahre, die Steigerung. Und, äh, natürlich ist dann kein Einknick in der Pandemie, weil man hat da keine Kunden verloren, äh, keine, keine, keine Sachen verkauft. Das heißt, äh, äh, da war das Wachstum hätte dann in dem Fall jetzt ein bisschen flacher. Ja, äh, äh, jetzt wird's spannend. Was ist praktisch der, äh, der tatsächliche Umsatz von, äh, von Elise? Also man, man würde ja, äh, praktisch erwarten, äh, dass, äh, der Umsatz von Elise, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aggressiv, aber höher wäre, als das, was man zukauft. Das heißt, man hat ja praktisch auch Vertreter, man hat, äh, man hat Verkäufer und man versucht praktisch auch, äh, zusätzlich Kunden zu gewinnen. Ja, das, so wäre praktisch eigentlich das Umsatzwachstum, wenn es praktisch ein organisches Wachstum auch gäbe. Also das ist hier praktisch jetzt, äh, die Datei noch einmal, äh, da sieht man praktisch dann den zusätzlichen Umsatz und das habe ich dazu addiert. Und, äh, äh, und jetzt der tatsächliche Umsatz von Elise ist praktisch genau, äh, äh, bis zum Jahr 2018, äh, haargenau, das, was sie zugekauft haben. Man könnte jetzt sarkastisch sagen, dass das gesamte Umsatzwachstum, äh, durch den M&E, durch den Unternehmenszukäufe passiert ist. Stimmt natürlich nicht, weil sie natürlich auch, äh, Neukunden gewonnen haben, aber sie haben offensichtlich genauso viel verloren, wie sie gewonnen haben insgesamt. Ähm, äh, das erste Mal war dann praktisch im Jahr 2019 ein leichter Vorteil, äh, wo sie dann de facto auch ein bisschen mehr Umsatz hatten, äh, als die Unternehmenszukäufe. Dann ist der Umsatz natürlich eingebrochen jetzt durch die Pandemie und, äh, der nächste, der Umsatz ist im heurigen Jahr, ist, habe ich im Schnitt jetzt, äh, habe ich jetzt 14% Umsatzsteigerung, äh, genommen. Sie haben 13% bis 15% Umsatzsteigerung prognostiziert, äh, dann ist der, der geschätzte Umsatz praktisch jetzt bei 3,4 Milliarden und der Umsatz, äh, praktisch, äh, nur mit den Zukäufen wäre ich bei, äh, knapp 3,3 Milliarden. Das heißt, Elise hätte eigentlich dann praktisch, äh, äh, rund 200 Millionen Euro in 10 Jahren dazu gewonnen, organisch. Äh, das sind 20 Millionen Euro pro Jahr, das ist eigentlich auf die Größe von Elise nichts. Ähm, ähm, ja, äh, jetzt gibt's aber natürlich auch Preiserhöhungen und so weiter und so fort. Und, äh, das ist die nächste Folie. Das heißt, äh, wenn ich jetzt, äh, praktisch, äh, das Bruttoinlandsprodukt hernehme als Steigerung, äh, und, äh, sage, dass die Preise und die Marktleistung von Elise mit dem Bruttoinlandsprodukt, äh, 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 praktisch sich erhöht hat, dann sieht man jetzt die gelbe Linie praktisch, was das Bruttoinlandsprodukt an Steigerung bewirkt. Das heißt, gleicher, äh, 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 Zuwachs durch den M&E plus die Steigerung von, äh, 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 vom, äh, vom Bruttoinlandsprodukt. Und da sieht man praktisch dann, dass, äh, die Elise de facto, ähm, ähm, äh, im Jahr 2019 ganz knapp praktisch das Wachstum vom Bruttoinlandsprodukt erreicht hat und jetzt praktisch dann mit der Prognose, äh, zum Ende des Jahres noch immer praktisch ein, äh, ein Delta ist zum, äh, äh, normalen Wachstum unter dem Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, man kann eigentlich sagen, wenn man es jetzt so ein bisschen salopp sagt, das Wachstum, ähm, ähm, von Elise, äh, ist kleiner, das, äh, Bruttoinlandsprodukt von BIP. Ähm, 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 ja, das ist jetzt nicht wirklich mächtig. Äh, äh, es gibt genug Unternehmen, die mehr als das BIP wachsen in der Branche. Äh, äh, und, äh, ähm, äh, das dürfte das organische Wachstum von Elise sein. Äh, ja, jetzt natürlich ein bisschen gemein, jetzt habe ich das gegenübergestellt mit Sintas. Also Sintas ist praktisch ein sehr großes Unternehmen in Amerika, äh, das sich hauptsächlich auf Berufsbegleitung spezialisiert, hat noch ein paar, äh, äh, Bereiche jetzt, mehr im, äh, Bereich von Erster Hilfe und so weiter dabei. Die Elise ist jetzt nicht so stark betont, aber grundsätzlich in erster Linie, ich glaube, 85 Prozent ist ganz normale Berufsbegleitung. Bisschen ähnlich wie Mewa. Und, äh, äh, Sintas hat de facto, äh, eine Steigerungsrate von, äh, von, äh, von, äh, von, äh, 6,3 Prozent pro Jahr. Das heißt, äh, die durchschnittliche Steigerung, die durchschnittliche Steigerung von Sintas organisch ohne Unternehmenszukäufe ist 6,3 Prozent pro Jahr. Und das ist gut, äh, ich kenne das auch von anderen Unternehmen, das gibt es auch im Mittelstand. Äh, wir hatten auch bei Wulzerball, glaube ich, knappe 7 Prozent, äh, 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 organisches Wachstum pro Jahr. Und es gibt auch, äh, äh, Unternehmen, die ich kenne im deutschsprachigen Raum, die ähnlich gut sind. Also das ist jetzt kein, äh, äh, keine komplette Utopie. Äh, äh, und das sind tatsächliche Zahlen von Sintas. Und wenn praktisch jetzt Sintas den gleichen Umsatz gehabt hätte, das stimmt ja jetzt nicht, aber wenn die vom gleichen Wert gestartet hätten und den gleichen, unter den gleichen Unternehmenszukäufe gemacht hätten, aber praktisch 6,3 Prozent Wachstum gehabt hätten, dann würde, und die, äh, und während der Pandemie hat es ausgeschaut, dass im ersten Jahr der Pandemie waren es 2,8 Prozent Wachstum, im zweiten Jahr waren es 0,4 Prozent Wachstum, äh, das heißt, es ist auch in der Pandemie leicht gewachsen und dann wieder, jetzt erneuerdings wieder ein richtiger Wachstumspfad, also das erste Quartal bei Sintas, das ist plus 9 Prozent. Äh, äh, ist, äh, praktisch, äh, eine, äh, wäre der Umsatz eigentlich jetzt im Vorjahr gewesen bei 4,2 Milliarden und tatsächlich war Elise bei 3 Milliarden. Also das ist, das ist im Prinzip eigentlich die Differenz vom Erfolg zwischen Sintas und Elise, wenn man es jetzt so sieht. Ja, ähm, da sieht man auch den Unterschied im, äh, 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 in der, im Börsenkurs, also das ist der, der Börsenkurs seit dem Bestehen von Elise, äh, äh, da unten praktisch das Blaue ist Elise und das sind auch wieder diese 60 Unternehmen hier, das ist der Index, äh, und das hier, äh, ist, äh, praktisch, das ist Sintas. Äh, äh, also Sintas hat praktisch ein, äh, plus 400 Prozent in der gleichen Zeit, äh, wo Elise, äh, minus 0,5 Prozent hatte. Äh, äh, und die restlichen 60 Unternehmen von dem Index waren, sind bei plus 28 Prozent. Es ist natürlich ein Unterschied, ein unterschiedlicher Markt, Amerika und so weiter, also man kann es nicht ganz vergleichen, aber trotzdem, äh, 400 Prozent zu, äh, praktisch kein Wachstum, äh, ist auch eine Aussage. Ja, äh, äh, was sind jetzt, äh, mögliche Ursachen für das unterschiedliche, unterdurchschnittliche Wachstum? Äh, das eine ist eben ein Fehler in meiner Datenaufbereitung, ich könnte irgendeinen Riesenpark haben, könnte alles falsch gemacht haben in meiner Excel-Datei. Äh, äh, dafür gibt es auch die Excel-Datei und es kann sich jeder die Datei ansehen und kontrollieren. Ähm, also ich sage nicht, dass ich keine Fehler machen könnte. Ähm, äh, eine zweite Möglichkeit ist, dass der Gesamtmarkt geringer wächst als das Bruttoinlandsprodukt, also wie es bei Chemischreiniger, sprich, wenn es Textilreinigung ist, wo jedes Jahr praktisch der Umsatz abnimmt. Wenn ich da schon stagniere vom Umsatz, bin ich eigentlich schon gut. Ähm, das ist aber im Bereich der Wäscherei sicherlich nicht der Fall, also das würde ich jetzt so eigentlich nicht sehen. Ähm, 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 bei der Pandemie natürlich ja. Ähm, ähm, also bei der Pandemie die letzten zwei Jahre war praktisch, äh, der Einbruch im Textilservice größer als der Einbruch in der Gesamtwirtschaft. Äh, das ist ein Fakt, aber, 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 aber während den ganzen zehn Jahren würde ich sagen, nein. Ähm, die Währungsschwankungen haben sicher etwas ausgemacht. Man hat praktisch Unternehmen gekauft, insbesondere in, ähm, Südamerika. Natürlich jetzt auch in Russland. Es waren jetzt nicht so viele, aber, äh, aber grundsätzlich, ähm, ähm, äh, zum Beispiel in Südamerika, äh, hat es natürlich eine Abwertung gegeben in den letzten Jahren. Äh, äh, der brasilianische Real ist jetzt deutlich weniger, wie er, äh, äh, noch zu dem Zeitpunkt war, äh, wo, äh, Elis die Unternehmen gekauft hat. Äh, äh, somit, äh, wird das circa 100 Millionen Euro ausgemacht haben. Ich habe es nicht genau ausgerechnet. Es ist nicht ganz so einfach, das auszurechnen. Und ja, dazu jetzt nicht die Musse. Äh, das kann jeder sich selbst prüfen. Also es wird vielleicht ein bisschen weniger als 100 Millionen gewesen sein. Vielleicht waren es 200 Millionen. Kann ich nicht sagen. Äh, aber das ist sicher ein Fakt. Äh, also ich glaube, das ist ein Fakt. Ähm, äh, die, äh, äh, dass die Kunden verbrennen, sprich, jetzt, äh, äh, Kunden gekauft haben mit Unternehmensaufkäufen und die praktisch dann auch wieder verloren haben, ist zum guten Teil ein Fakt. Da kann ich zumindest aus Deutschland, können wir das sagen, ob es jetzt im Rest praktisch in Frankreich und in Südamerika und so weiter auch der Fall ist, kann ich natürlich nichts sagen. Es gibt da jetzt keine genaue Analyse, aber Fakt ist, dass man hinterfragen muss, wie ist die Kundenzufriedenheit tatsächlich praktisch von den Kunden von Elise. Zumindest ich kenne einige Bereiche, wo die Kundenzufriedenheit zumindest Luft nach oben hat. Und natürlich habe ich einen Wechsel des Eigentümers und insbesondere, wenn das Unternehmen kleiner ist. Es gibt auch eben, wie bereits erwähnt, sehr viele Aufkäufe von kleinen Unternehmen. Und wenn jetzt ein Kunde gewöhnt war, den Geschäftsführer direkt sofort am Handy zu haben, wenn er anruft, und dann bekommt er irgendeinen Betriebsleiter, der vielleicht die Entscheidungen nicht so treffen kann, dann wird der Kunde wechseln. Das heißt, das Thema Wechsel des Eigentümers ist immer ein Thema. Also das ist immer ein Risiko. Und dann kauft man natürlich auch Umsätze, die man so nicht haben möchte. Das heißt, man kauft ja praktisch auch Lohnwäsche-Umsätze. Man kauft Umsätze mit einem Artikelstamm, den man in Zukunft nicht mehr bedienen möchte. Und damit verliert man automatisch einen gewissen Teil der Kunden. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad auch gewollt. Also das wird sicher so sein. Wie viel das natürlich ist, weiß ich nicht. Aber das wird sicher auch ein Thema sein. Also das Thema Verbrennen von gekauften Kundenstämmen ist ein Fakt. Ob es jetzt 5%, 10%, 20%, 30% ist, ist schwer zu sagen. Da gibt es leider keine Statistik dafür. Mangelhafter Verkaufserfolg, sprich, dass jetzt die Verkäufer von Elise nichts bringen. Das würde ich so eigentlich nicht glauben. Ich würde vermuten, dass Elise auf jeden Fall durchschnittlich und vielleicht sogar besser als durchschnittlich ist. Also im Bereich Verkauf. Also der Verkauf bei Elise ist jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung jetzt nicht schlecht. Das wird es nicht sein praktisch als Grund. Eine generelle Kundenfluktuation, sprich jetzt, dass man auch Kunden jetzt so gewonnen hat oder immer schon hatte. Und dass die praktisch sich einen anderen Anbieter suchen. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Da gibt es im Prinzip leider keine Zahlen dafür. Ja, aber das ist sicher ein Fakt. Und mangelhafte Preiserhöhungen, sprich, dass ich die Preiserhöhungen nicht umsetze. Dann habe ich natürlich auch kein Wachstum aufgrund von zusätzlichen Preisen. Das glaube ich in dem Fall nicht, weil eigentlich Elise ziemlich konsequent ist. Also das sehe ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist, dass Elise da auf Preiserhöhungen verzichtet. Die Frage ist dann eher praktisch, wie ist die Preisdisziplin bei Neuausschreibungen. Und da, das kann ich jetzt nicht sagen, aber von Anekdoten würde ich sagen, dass manchmal Elise schon auch ziemlich aggressiv ist. Ob das jetzt insgesamt praktisch ausschlaggebend ist für das Gesamte, ist schwer zu sagen. Mein persönliches Gefühl sagt mir, dass hier praktisch das Thema eigentlich ist, dass man Kundenlisten gekauft hat. Man kauft 20 Millionen Euro Kunden von einem Unternehmen, wie beim Haber. Und dann ist die Frage, wie viel von diesen 20 Millionen Euro Umsatz, die ich gekauft habe, sind dann nach fünf Jahren noch immer praktisch bei Elise. Das geht nicht so schnell, also die Kunden wechseln nicht sofort. Aber die Frage ist, wie viel von denen sind in den nächsten drei bis fünf Jahren noch bei Elise. Und da kann es schon sein, dass zwei, drei, vier, fünf, sechs Millionen Euro an Kunden dann auch nicht mehr bei Elise sind. Also ich glaube eher, dass hier der Grund ist. Das ist meine persönliche Mutmaßung. Ich kann es nicht sagen. Es muss einen Grund geben, weil ansonsten wäre praktisch die Situation nicht so, dass eigentlich Elise ein Unternehmen zukauft am Fließband und eigentlich kein Wachstum richtig erzielt. Ja, das ist jetzt dann noch eine spannende Folie. Das ist das Gleiche mit dem Thema Betriebsergebnis, also Operating Margin. Das ist ein bisschen das geschönte Betriebsergebnis, wenn ich es ein bisschen salopp formuliere, sprich das Betriebsergebnis, außerordentliche Sachen, die man nicht abziehen möchte. Und auch die ganzen Abschreibungen von Goodwill sind nicht inkludiert. Also das ist das Operating Margin. Hier in Grau ist praktisch das Betriebsergebnis, das man hätte, wenn man praktisch die ganzen Unternehmenszukäufe dazu rechnet. Elise publiziert das jedes Jahr, wie viel praktisch die neuen Zukäufe zum operativen Ergebnis beigetragen haben. So, wenn ich diese ganzen Aussagen praktisch dazu zähle, also praktisch diese ganzen, also das ist hier praktisch das operative Ergebnis praktisch, das hinzugekommen ist durch die Akquisen. Wenn ich das dazu zähle, zum ursprünglichen Betriebsergebnis, operativen Ergebnis aus dem Jahr 2012, dann ergibt sich praktisch diese graue Linie. Und das Orange ist praktisch dann das, was tatsächlich das Betriebsergebnis ist von Elise. Das heißt, 224 Millionen Euro, 212, das war das Tatsächliche, was in der Bilanz ausgewiesen wurde. Und der Rest ist praktisch dann errechnet. Und die Differenz, man hätte eigentlich im Jahr 2013 um 16 Millionen Euro mehr Betriebsergebnis haben sollen, weil man ja praktisch mehr dazu gekauft hat, aber es nicht darstellen konnte. Und damit sieht man eigentlich, dass Elise während der ganzen Zeit weniger Betriebsergebnis im Konzern hat, als es zugekauft hat. Und natürlich ist es in die Pandemie eingetreten, das ist ein Sonderfall, aber man wird im Prinzip dann sehen, ob sie es im Jahr 2022 schaffen, dass praktisch dann das Betriebsergebnis, also die Operating Margin, höher ist praktisch als das, was sie insgesamt zugekauft haben. Also das ist eigentlich das harte Resultat, ob jetzt praktisch die ganzen Zukäufe etwas bringen. Wenn ich praktisch zukaufe und dann im Endeffekt es nicht schaffe, praktisch einen Mehrwert zu erzielen, dann muss man das, meine persönliche Meinung, ein bisschen hinterfragen, weil dann gibt es irgendwo ein Problem. Ja, das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, mein Resümee vom M&E-Prozess. Also ich gehe jetzt ganz munter weiter. Persönlich glaube ich, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass der M&E-Prozess auch schnell einmal zum Stehen kommt. Das werde ich vielleicht auch noch in einem separaten Video erwähnen. Wenn aber jemand das Unternehmen jetzt gerade verkaufen möchte, dann ist vielleicht gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, weil Elise ist offensichtlich noch immer sehr disparat, Unternehmen aufzukaufen. Soweit, so gut zum heutigen Video und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!